Moin Leute, was geht? Ich wollte euch nur kurz sagen, morgens ein richtig cooles Event auf meinem Server, unserem Server, ein Nervensegnant, meinem AndiFarm.es, DiP, jeden Samstag Hangar Games um 16 Uhr, schaltet ein und kommt auf den Hangar Games Server. Wird es mir ja freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis dann, tschauje.